Mein Name ist Dagmar Kersten, ich bin Unternehmerin und ich habe Florian Way auf der Bühne bei Speakers on Stage kennengelernt. Ich war sehr beeindruckt, denn im Vorfeld haben wir uns kurz unterhalten, es ist ein sehr ruhiger, zurückhaltender Mensch, aber was er dann über seine Geschichte erzählt hat, wie er mehrere Unternehmen aufgebaut hat, hat mich sehr beeindruckt. Und was mich sehr, sehr inspiriert hat, ist, dass in seinem Unternehmen der Mensch im Mittelpunkt steht. Also wer sich inspirieren lassen möchte, motivieren lassen möchte, kommt an Florian Way nicht vorbei.